Servus, grüezi und hallo, die Kassel wieder zu einer neuen Folge von Mega Man 10 Und ihr habt wieder mal gewählt und ich denke mal, heute ist immer Zeit für... Den Hitzkopf. Nein, nicht den Hitzkopf. Überhaupt nicht den Hitzkopf. Nein, 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 nein. Heute gehen wir zu Chillman und das sind Stages, ehrlich gesagt, so ein bisschen... I don't like it. Chillman im Hard Mode. Oh Gott. Noch lustiger geht's ja wohl nicht, oder? Während wir hier dann noch vorgestellt werden, auf gut Deutsch, mit Raketen angetriebenen Vögeln, die dafür sorgen, dass wir irgendwie... Beziehungsweise, ihr kennt ja sicherlich meinen... Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen... Meinen Mentor, aber... Äh... Mein großes Vorbild, was Mega Man-Spieler angeht... Den Mr. Rowan Mithril... Und... Ich fand ja seine Reaktion damals, als er dann das erste Mal hier irgendwie die Raketen angetriebenen Prinnies... Äh... Wie komme ich auf Prinnies? Als er dann irgendwie... Oh Gott... Die... Raketen angetriebenen... Äh... Wie heißen die Dinger? Wie hießen die Dinger? Äh... Ich hab total vergessen, wie die Dinger heißen. Die hatten auch irgendwie so einen ganz speziellen Namen gehabt. Äh... Verdammt, wie hießen die? Scheiße, das ist jetzt peinlich. Es ist jetzt wirklich peinlich, dass ich sowas Billiges vergesse. Beziehungsweise, es ist ja in dem Sinne nicht so billig, aber... Naja, es ist trotzdem peinlich. Hier haben wir seit Mega Man 1... Das erste Mal wieder da, übrigens. Die, äh... Sogenannten... Octopus-Batteries. In die ich natürlich dann gleich mit einer... Äh... Da muss ich sagen... Mit einer Ambition reinlaufe. Da denkt man sich doch... What? Wie kann das denn bitte schön sein? Aber irgendwas ist doch immer... Oi. Diese Schneemänner sind auch irgendwie lästig. Mehr allerdings auch nicht... Willhaben. Danke. Hier kann man übrigens hochspringen. Und... Ich bin ganz ehrlich... Ich versuche hier irgendwie noch ein bisschen Leben zu fahren. Oder das. Das geht natürlich auch. Das ist... Halt. Dich will ich nicht. Ich will dich. Und das war irgendwie dumm, wenn ich das eh gleich wieder verfeuere. Halfway Point. Mit einem Leben. Ich hätte es ja... Äh... Ich hätte es euch zeigen können. Aber naja. Irgendwas willst du ja immer haben. Lassen wir die Böhmchen mal explodieren. So frei nach dem Motto. Ding-ding. Und weiter mit dem Text. Beziehungsweise weiter im Text. Obwohl ja eigentlich gar nicht viel Text ist. Der Text ist nur erfunden. Der Text ist eine Lüge. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Boom. Es geht doch. Ja, also prinzipiell ist diese Stage echt interessant. Also sie ist ein bisschen hektisch. Hektischer. Jetzt nicht so hektisch. Aber es geht immerhin ein bisschen. Ne, 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 ne. Und so. Und natürlich immer... So eine schönen, blöden Shield-Attackers. Die mir das Leben natürlich einfach machen. Oh yeah. Äh... Was war das hier? Gucken wir mal weiter. Bum, bum, bum. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was der Sinn dieses Raums ist. Vor allem, äh... Da wir hier relativ einfache Sachen haben. Geht das so? Ja, es geht. Haha. Das ist der Wheelcutter. Eine der wohl nutzlosen Waffen überhaupt. Hahaha. Was mache ich hier? Sterben. Das ist ja... Das ist die Antwort. Das mache ich. Sterben. Ja. Ich sterbe hier. Mit einer Passion. Mit einer Aufgabe. Ja. Das hört sich gut an. Ich sterbe mit einer Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe im Leben. Und ehrlich gesagt... So viel kam von dieser Stage auch noch nicht. Außer... Ein kleiner... So ein kleiner Big Stomper. Hahaha. Der sich jetzt ja gerade selber hinüber gemacht hat. Komm. Dich nehmen wir noch mit. Und wir sind schon beim Wertenherrn Chill-Man. Aber nichtsdestotrotz. Ihr wisst ja ganz genau, wie das aussieht, wenn ich dann sage, wir sind bei Chill-Man. Von daher... Ab geht's zum Normal Chill-Man, wenn wir hier auf Hardboot sind. In diesem Sinne... Bis gleich. Ich habe wieder einmal festgestellt, dass ich die Chill-Man auf Normal noch nicht geschafft hatte. Keine Zeit gehabt. Keine Lust gehabt. Keine was weiß ich was gehabt. In diesem Sinne, auf geht's zur Chill-Man. Wie ihr uns schon erkennen könnt, ist dieser Wetterherr Chill-Man auf einem Eisfeld. Und da dachte ich mir auch so das erste Mal... What? Prinzipiell kann man sagen, Chill-Man ist verdammt einfach. Wie wäre denn nicht das Eis? Seine Schwäche... Beziehungsweise seine komische Schwäche... Ist... Wie heißt denn das? Ja. Seine komische Schwäche... Komischerweise gar keine Schwäche ist, sondern einfach nur irgendwas... Abfeuernd ist, was ein bisschen mehr Schaden macht. Weil... Richtig effektiv... Sie taut nicht auf oder sonst... Das ist das Soda-Blaze. Aber was der Chill-Man nun wirklich ist, oder beziehungsweise wie der nun wirklich funktioniert, das seht ihr natürlich dann in den normalen Hard-Mode-Stages. Aber naja, irgendwie... Es ist jetzt ein Eis. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach jetzt... Ich mach jetzt eine Eispause. Tschüss. So! Und weiter geht's mit dem Wertenherrn Chill-Man. Und zwar... Ich denke mal, ich werde jetzt sterben. So ganz normal werde ich jetzt sterben, weil ich nichts gebacken kriege hier irgendwie. Weil so nicht funktioniert und so. Aber naja... Chill-Man im Hard-Mode. Ist eine Nummer für sich. Wie ihr uns vererkennen könnt... Hat er eine neue Attacke dazu gekriegt... Die eigentlich, obwohl es gar nicht so aussieht... Der Grund, beziehungsweise der Grund ist, warum Chill-Man im Hard-Mode relativ easy ist. Ich hab mich jetzt gerade natürlich wieder sterben lassen. Sterben lassen. Versteht sich? Damit ich dann in aller Ruhe irgendwie großartig... Damit ich in aller Ruhe irgendwie großartig genügend volles Leben habe, um Chill-Man da kaputt zu machen. Bla, 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 bla. Ihr kennt's ja. Sooo... Chill-Man, Frosty... Äh... Unterschiede zum Normal-Mode und zum... Ah... Temus-Mode? Im Hard-Mode bewegt sich unser werter Herr Chill-Man um einiges schneller. Ich ahne es doch schon wieder, dass das so ausläuft wie bei Nitro-Man. Ja, ich ahne es. Es wird so enden wie bei Nitro-Man. Dass ich dann gerade erst so auf den letzten Drücker schaffe. Ha! Aber ich gebe nicht... Oh! Doch, ich gebe auf. Ha! Ah! Nein! Oh, Mann, oh! Ist doch nicht wahr jetzt! Ah! Ja, ja, dann versuchen wir es halt nochmal. Aber dieses Mal sitze ich gemütlich. So, let's chillen. Let's chillen, man. Opa! Da wäre das so fast sogar... Whoa! Was mache ich hier? Ich tippe auf... Scheiße! Ja, das ist auch immer so eine Scheißgeschichte, was er hier macht. Prinzipiell ist Schillman... Nicht schwer. Ja, nicht schwer. Er ist ganz einfach. Na, natürlich ist er einfach. Aber ich bin hier so... Ich bin wieder mal zu schlecht. Ja, spring doch rein, Ole. Na komm, beschaffst du. Du, du schaffst es, diesen Boss zu versauen. Ohne Scheiß, na los. Boom! Fuck you! Komm her, Katze. Es geht doch. Es geht doch. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dicke. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt! So, mit dieser Waffe bekommen wir den Schillspike. Der Schillspike ist eine komische Sache, weil... Ich hab's ja schon in der letzten Folge gesehen bei Nitro Man. Man macht einfach den Schillspike auf den Boden, er fährt rüber. Oder was weiß ich was. Außerdem bekommen wir den Rush Jet. Der Rush Jet is awesome. Look at my dog. My dog is amazing. Ach, du grüne neue. Eine Katze. Und natürlich hat es Dr. Wily geschafft, irgendwie einen Prototyp, was die Vakzination angeht. Vakzination, das Vakzin, das Gegenmittel, das Antiserum, wie auch immer. Und dann dachte ich mir auch so... Dr. Wily, gut. Ich glaub es ja wohl nicht. Irgendwas ist doch immer... Naja, irgendwas fehlt noch. Wir haben ja noch genug Zeit. Wir haben ja erst den Halfwaypoint erreicht. Und Dr. Wily fragt sich gerade, warum man irgendwie nicht von der Robo Enza irgendwie großartig beeinflusst ist. Ich frage mich auch, warum. Natürlich auf den Nutzen, die es natürlich brauchen. Das ist ja auch wieder mal eine komische Sache. Wenn es das ist, was du willst... Wie dem Ausai! Halfwaypoint! Wir haben noch vier Leute. Wir haben noch Strikeman, Commandoman, Pumpman und Solorman. Und ja, meine Wünsche, ganz ehrlich, ich möchte Pumpman haben. Bis dann!